Das war falsch. Jetzt muss ich den nächsten Durchgang abwarten. Ah, ich glaube, ich habe die Idee. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Ah, jetzt hin, Mann. Okay, das war die Wand. Ähm, warum hast du Hunger? Durch das viele runterfallen. Oder macht das Rumton hier Hunger? Aber ja. Ich habe jetzt nicht das Rätsel gelöst. Ja. So, langsam. Also, ich weiß jetzt, wie es geht. Äh, ja. Oder auch nicht. Die wissen endet nichts an Tollpatschigkeit. Oder an Hektik. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ab. Dom, 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 dom. So, warten. Die Platte noch nicht. Erstmal das. Dann hier einmal außen rum. Dann machen wir nämlich das so. Dann geht da hinten die Tür auf. So, jetzt müssen wir abwarten. Mhm. Kann mich bitte einer schlagen. Dafür, dass ich genau in den Teleporter reinrenne. Oh. Da ist Federfall gerade ausgefallen gewesen. Mhm. Ja, dieser Roundabout ist... Wirklich Mist. So, das ist okay. Okay. Jetzt mit Ruhe und Gelassenheit. Jetzt sind wir diese schönen Texturen. So. Das war das. Das war irgendwie etwas knapp, aber wir haben es geschafft. So. Das geht so ganz gut. Jetzt heißt es abwarten. Da hätte ich noch eine Runde warten müssen. Echt, ey. Okay. 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 Äh, nein, nicht gut. Das habe ich gerade noch mal retten können. Hoffentlich ist es das wert, weil da ist auch ein Goldschatz drin, also ein Schatzgegenstand. Und... Warum ist denn da bitte zu? Okay. Ich kann gleich noch mal besetten. Weil da ist zu, wo eigentlich offen sein sollte. Da warte ich jetzt, weil das habe ich genau gesehen. Weil ich bin die ganze Aufnahmesession, also jetzt fast die ganze Aufnahmesession mit einem optionalen Rätsel beschäftigt. Wegen Inkompetenz. So, das ist besser. Das ist auch soweit klar jetzt. So, weil ich da drauf tapp, mache ich einen Fehler. Ich muss doch außen rum. Jetzt war ich schon wieder einen Schritt falsch. Teleporter, also einmal abwarten. Dann hier lang. Das ausschalten. So, der Porter macht jetzt wieder genau das. Das heißt so, 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 dann so und das hier. Dann machen wir einmal eine Rundreise. Wir stellen uns jetzt da drauf. Machen dadurch das zu. So. Genau, das ist die Falle. In die ich nicht tappen will. Sondern nämlich genau das hier. Und ich glaube, da muss ich auch noch einmal den Durchgang abwarten. So. So. Das warte ich ab. Ich darf nicht den nächsten, sondern ich muss den übernächsten nehmen, sobald der Schalter umgelegt ist. So, das ist das. Da kann ich schon mal Federfall aktivieren, wenn ich hier schon warfen muss. Die Falle kenne ich. Bereits. So, gut. Ich bin nämlich schon ein paar Mal reingetrampelt. Jetzt nicht hier rein. Sondern erst hier hin. Mit Thorum wäre das viel einfacher. Jetzt vorsichtig. Ich habe nämlich keinen Bock runterzufallen. So, das ist der Durchgang. Ich glaube, der nächste Durchgang wird dann auch nichts. Das sehen wir gleich. Doch, da dürfte was werden. Der wird gut. Ja. 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 Wenn ich wieder hoch mache. Okay.